Der englische Fußball-Traditionsverein FC Liverpool hat den Vertrag mit dem senegalesischen Angreifer Sadio Mane um mehrere Jahre verlängert, über die genaue Laufzeit machte der Klub von Teammanager Jürgen Klopp keine Angaben, englischen Medienberichten zufolge soll der 26-Jährige bis 2023 unterschrieben haben. WM-Teilnehmer Mane war 2016 für umgerechnet ein und 40 Millionen Euro vom FC Southampton an die Enfield-Rot gewechselt, wo er zunächst einen 5-Jahres-Vertrag erhalten hatte, das gibt allen einen Schub und zeigt, wie sehr die Spieler mit dem Verein verbunden sind, schwärmt der Klopp, ich kann mir keinen Klub in Europa vorstellen, der einen Spieler wie Sadio nicht gerne hätte. Daher sagt die Tatsache, dass er bei uns bleiben möchte, viel darüber aus, wo wir im Moment stehen, Mane kommt im Reds Trico bislang auf 40 Tore und 18 Vorlagen in 89 Einsätzen. WM-Teilnehmer Mane WM-Teilnehmer Mane